Es fehlen halt immer noch drei Level. Ist das schon das, wo es uns verfolgt, oder ist es nur da, wo er da ist? Da, wo er nämlich nur da ist, ist nicht ganz so schrecklich. Fünf gibt es hier. Vielleicht hier nach oben. Aha, vielleicht mal ein Bonus. Och, es ist der Bonus. Ich habe ihn aber geschafft. Alles gut. Nummer 1. Hier weiß ich gar nicht mehr, ob da... Okay. Och, nicht die Scheißbomben. Oh no, oh no. Da oben ist das, oder? Ähm, ja. Zweite Puzzleteil. Hier ist das K. Brauche ich an, glaube ich nicht. Ah, nicht hochgehen. Oh my god. Fallen runter. Oh my god, habe ich mich erschrocken. Ein bisschen. Er verfolgt uns hier doch schon. Oh nee. Ja, danke auf jeden Fall dafür. No way. Hallo, nein. Oh my god. Oh my god. wenn für gleich bringt ja nichts das jetzt weiterzumachen jetzt muss ich leider noch mal die ganzen sachen hier sammeln aber das sollte nicht das problem sein oder vielleicht doch doch indem er einfach nicht springt so fällt muss man natürlich auch mit drin lassen könnt ihr auch einfach mal ich könnte auch die ganzen sachen reinschneiden und rausschneiden aber er springt nicht meine fresse was sollen dass du scheiß spacken er springt einfach nicht was diesen abgrund er springt mich gar nicht ja es seh gleich aus alter ja ja was willst du da ist ein scheiß penner bist du wäre ich da jetzt hätte ich das wieder nicht geschafft wie wir ausgerastet diesmal aber wirklich man die wasserwelt ist so zum kotzen alter meine fresse was wollt ihr von mir man es lohnt sich auch absolut nicht mir bloß das herz herr so wir haben jetzt wieder zwei geht doch weg wobei warte haben da sehen wir noch mal ihre spezialfähigkeit haben wir sieben herzen weil wir es können ja ich habe eben nämlich ein puzzleteil verpasst vergessen wäre falsch wort ja da bin ich aber dran vorbei und halt an dem o und zwar ist das puzzleteil hier alles klar wo bin ich da jetzt gegen lächerlich soll man das schaffen ich war doch schon schnell ich bin sogar schon vorher los ach man kriegt mich gerade richtig auf diese scheiß level man dieser scheiß level ist da wasser am müll geht mir auf den nerven ich habe es aber ne das heißt wir müssen da jetzt nicht nochmal hin ja schwimmen halt so ist es zum kotzen leck mich auch ja nochmal trocken geil ja klar fünf stunden warten man es kotzt mich wirklich an tut mir leid dass ich so salty bin aber es ist echt scheiße ätzend ah ja wegen ner bananenstau da oben ist was noch ein bonus alle die wollen mich jetzt aber auch echt nerven mit dem scheiß bonus auch wenn es nur der ist macht es schon fast schlimmer hätten wir ja auch gleich das puzzleteil hinsetzen können ne ob man den macht oder das puzzleteil da einfach rumliegt ja ich glaube wir werden hier gleich auch nochmal verfolgt aber keine ahnung ja werden wir ich bin noch nicht bereit glaube ich äh erstmal ich spute dich das hier vor ok los gehts das ist doch jetzt schon zum kotzen ey ist das euer scheiß ernst ich weiß nicht wo das letzte puzzleteil ist man fällt mir überhaupt nicht ja was soll ich da machen nein ich hasse diese scheiße ich hasse es man ist doch schrecklich aber da ist es komm schnell man weiß man das gehe auch immer wieder sammeln ach man ich könnte ausrasten ich könnte echt ausrasten bei dem scheiß ne ja mhm luft habe ich auch nicht sterbe ich wegen keiner luft oder was nein stepp an dem 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 ja keine ahnung was ich denn noch machen soll ich meine mehr a-spam kann ich nicht ja jetzt tritt mich der arm wieder das ist zum kotzen hallo ja genau ich habe alles triff halt ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr das ist zu anstrengend zwei level immer noch und dennoch noch zwei also vier nein will ich nicht nein verpasst mich ja das stand im original modus kann man nur drei items das steht da weil man kann ja nur bei cranky kann man ja fünf nehmen und sie während des levels noch nachfüllen was absolut unnötig ist aber gut ich meine hallo aber wenn das jetzt so weiter läuft ne dann fliegt sie gleich irgendwas und das meine ich ernst könnt ihr zwar nicht sehen aber ist halt der ja guckt euch das an wie er mich mit der bahn beschlägt und was soll hier jetzt sein außer nichts glaube ich bin dann was vorbei oder hä hä halt irgendwo muss hier was sein wie wir ja ich weiß auch wo es ist und zwar da oben ja super äh hier ist kein kong ne ja super äh hier ist kein kong ne auch in unser inventar so wie war das hinzufügen bereit so ja dann müssen wir jetzt in kein anderes level latschen und Dixi holen sondern dann machen wir sowas schneller und einfacher wobei man hätte auch so schaffen können glaube ich shit mit dem gegner hätte man das glaube ich hin hinbekommen aber wenn wir jetzt Dixi haben ist auch nicht schlecht da keine ahnung ehrlich gesagt schuck dich doch hier ist ein puzzleteil wir gehen nochmal zurück das hat nicht gereicht wir brauchen die ne wir brauchen die gar nicht oder ja hier müssen wir einfach nur erstmal wegwerfen und dann brauchen wir eine für da hinten ja die müsste jetzt irgendwo doch zu End kommen oder oh nein es ist zu viel shit es ist zu viel auf dem Bildschirm gerade passiert ah ah ja danke dafür danke dafür oh mein Gott ich hab's noch bekommen man muss glaube ich wieder zurück ne äh ja und hier kann man ein paar Münzen kriegen aber auch nicht anscheinend oh ja nice da oben ist was ein Bonus ein Bonus natürlich ein Bonus Och man läuft ja super wieder echt ja ja ist klar dass es geht achso ja hm ja 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 das Level ist anstrengend echt aber mir fehlt ja nur noch eins ne warum aber wo ist das das kann ja noch äh hier sein wobei aber wobei da 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 nein das Level ist anstrengend echt woher war hier sollte ich wissen ist das woher soll ich das wissen dass das rechts ist man ach man Oh mein Gott, oh shit, so und jetzt wollen wir einfach nur runter. Irgendwie ist das anstrengend gewesen, das Level habe ich gar nicht so anstrengend in Erinnerung. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Donkey Kong Country Tropical Freeze Parts, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.